Ich bin Mechthild Rawat und vertrete den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Ich setze mich für Sie seit 2005 im Deutschen Bundestag ein. Ganz wichtig ist mir der Zugang zu allen Gesundheitsleistungen für alle Bürger und Bürgerinnen, eine würdevolle Pflege, die Aufwertung der Gesundheitsberufe und vor allen Dingen die Geschlechtergerechtigkeit und jede Politik gegen Diskriminierung. Auch der Bundesrat hat der Ehe für alle zugestimmt. Menschen unabhängig von der sexuellen Identität sollen sich lieben können, sollen Verantwortung füreinander übernehmen und das ist gut so. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine offene und tolerante Gesellschaft. Jeder Mensch soll in Würde altern können. Für die Pflegenden brauchen wir mehr Anerkennung. Es gilt, ihre Arbeit wertzuschätzen und sie vor allen Dingen auch besser zu entlohnen. Es geht aber auch um die pflegenden Angehörigen. Auch ihnen gebührt mehr Unterstützung. Ich kämpfe für die Bürger- und Bürgerinnenversicherung, denn wir wollen keine Zweiklassenmedizin. Ich stehe für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen Chancen und die gleichen Rechte hat. Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Nehmen Sie teil an diesem Fest der Demokratie. Schenken Sie der SPD, schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Schenken Sie die供 itin change. Untertitelung des ZDF, 2020